schönen guten tag liebe leute willkommen zurück zu dem mario hack wir gehen jetzt ins tropical horror geisterhaus keine musik ist das hasse ich am geisterhaus ist nie musik dabei finde ich immer ein bisschen schade okay das war aber reines glück dass ich da nicht bei dem einstand geht die dreck ja das ist eine coole sache tun die mir wie ich denke mir schon oder wir brauchen wir warten wir warten kommt schon danke schön die einen geister sind cool aus dem der zunge finde ich witzig wir können ein bisschen höher noch genau da kam zu früh und die kommen woanders wie unfair haha das war voll gemein tricky tricky stehen den peace mit einfach mal mit um zu schauen wo ich damit hin kann okay da muss ich warten und wir warten und wir warten da muss ich noch mal okay das ging so und schon rüber ja mein gott ist anstrengend wo es ja tropisch ach so weil wir noch und bleiben sind genau das erklärt natürlich alles das rechtfertigt auch alles oha weg dankeschön darüber ja darüber ja kann ich rüber ich bin schlau anstehen dankeschön über die geist geäck die switch einfach weil es kann okay das geht nicht so da kam schon warum will ich das eigentlich so schnell machen bin ich dumm da kam hinein dankeschön das ist cool gemacht auch nein geht der scheiß weiter ah jetzchen gebraucht den peace switch leckt mich wo 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 ok hier lang uhren die sehen wirklich cool aus wo wie habe ich das gemacht nein jetzt kommen wir noch die dazu was soll das das ist nicht cool ganz und gar nicht cool aber das schönes ziel das war recht kurz oder rino's treasure ok das sozusagen hier so eine art dinosaurier land anscheinend hä wie soll ich da hochkommen geht es auch nicht hoch ne komisch rosa müssen unbedingt rosa sein das ist so ein bisschen naja nicht meine farbe auch ne ich darf nicht immer reload wenn ich was vor ihrer joshie aber joshie schon mal in dem heck gehabt sonst davor hey dem haus am anfang oder haha ich weiß es noch noch moment da kann ich doch bestimmt das werke lacht wenn ich da nicht hochkommen oder was du schon vielleicht auf den drauf oder so mann das unkohl moment ich kann fliegen haha das sieht doch gut aus was ich jetzt mache und jetzt wie ging denn abwerfen ging denn abwerfen scheiße weiß ich nicht mehr also haha scheiße da komme ich nicht hoch hey kann ich hoch fliegen moment da kann ich hochfliegen oder moment das probiere ich mal aus das probiere ich eben mal aus nein ach die ist jetzt auch egal oder ich habe vor ihrer zeit wahrscheinlich habe es mir uns genau ausgemacht aber großartig flüssiger läuft es auch irgendwie grad nicht oder oder bild ich mir das nur ein ich bin wahrscheinlich nein oder nur ein aber trotzdem joshie hä was ist denn das schon unter uncooles hier so was soll hä ah jetzt muss ich ja nochmal unnötig unnötig vollkommen das war knapp hä sag nicht ich komme mit joshie doch komm ich ok alles kein ding für kein ding für den king ey spring ab äh oh oh notenblöcke oh mit joshie ist irgendwie doof irgendwie ist er so scheiße ich mag ihn grad überhaupt nicht ok aber wir rocken das schon kann der schwimmen ja ich bin noch nie mit joshie geschwungen äh geschwungen geschwommen vierseitige notenblöcke ok hm recht kompaktes level an sich ok da bin ich grad glitscht also ich kann er eh auf die bahn schauen fällt mir grad ein noms 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 hehehe ah schade die Münze nein joshie dankeschön da rein möchte ich oder das ist secret exit den wir doch haben hehehe oder auch nicht obwohl nee lass mal stecken ich weiß wo er ist falls ich ihn wirklich brauche zur not aber sonst hab ich jetzt nicht so die lust drauf eine rose das ist schön gemacht bla 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 nightmare desert oh meinst du mir da grad los nightmare desert wo ist joshie hin was soll der scheit nein ich save zählt natürlich überhaupt nicht ah geh da rein dankeschön nochmal die schöne rose yeah ja komm so nochmal den nightmare desert wieder mal ohne joshie hm komisch aber an sich cool gemacht zwar wieder null musik aber schade 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 doch da ist er die musik so nicht mein freundchen ok ok uuuhh geisterkreis hahaha na komm wo ist das Loch hier und dankeschön und warten gut dass die Kakteen ach komm jetzt ich renne das hier durch achso da bin ich wieder krieg ich wieder schaden wow warum hab ich gelockt zu früh gelockt save zählt geladen heißt das wow peewees oder wie die heißen warum sag ich eigentlich peewees oh irgendwie hä 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 bin ich grad dumm hä hä hier geht bestimmt irgendeine röhre rein ha ha aber jetzt war ich kurz vorwurt also habt ihr sicherlich gemerkt warum springe ich da hoch wenn da ein Gegner kommt bin ich dumm ok so ein tempel sieht schon cool aus nette idee kann ich rein nein kann ich hier rein ja wo bin ich jetzt ah ich verstehe eigentlich null aber naja so jetzt kommt hier der komische geist das weiß ich auch noch oh noch einer von denen ah die zwei sind schon recht uncool die zwei ja die zwei kameraden hä mit einer großen nase am geister eine nase ha ja das war jetzt ja was solls ach die nerven oh 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 ok dankeschön ich will den Panzer haben eigentlich gerne ach ich mache ja schon da so einen scheiß hier das ist wahnsinn was ich euch mal anstelle Haki los dankeschön in safe state danke kommt lasst mich vorbei bitte einfach ganz einfach vorbei lassen ja natürlich ja warum sind das hier koopas da steht doch ja wohl nightmare ey lass mich da einfach in ruhe uncool ey ja oh oh gib her den Panzer oh ich treffe natürlich auch nicht ich stelle mich heute überhaupt nicht blöd an nö geh weg oh dankeschön das ziel oh naja machen wir noch man die parts sind immer so dass sie nur 10 minuten sind eigentlich möchte ich da ich erzähle jetzt am ende einfach noch was ähm ja das ist fast sogar bei heute ist ja der donnerstag part eigentlich weil dann bin ich noch beim live stream beim guten janik aka little confused brain dabei ich werde aber glaube ich noch mal ein video extra zu machen ups sorry da gerne vorbeischauen ich weiß gar nicht was wir da machen werden aber ich bin auf jeden fall dabei also müsst ihr reinschauen und ja wir sind zum nächsten mal haut rein und tschüss tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.